ja herzlich willkommen zurück zu The Forest wie ihr immer noch ganz schön schwer erkennen könnt umlaufen ich kann mich eingeboren und darauf muss man mir ganz viel Essen holen ja zack hm ist denn soweit schon gelaufen? ich weiß nicht, vielleicht hier so... warte mal, die durchflanzten, die kann ich auch noch passen zack hm ich darf ihn... hm wo? hm 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 jawoll hab ich da... hab ich da angegriffen? echt jetzt? hm 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 warte h h h h h h h h Oh, ich bin da unten. Ich bin auf dem Feuer am Essener. Ach, das war laut. Ich habe Angst, dass ich noch... ...dass die... ...dass die... Oh 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 Jetzt krieg ich vielleicht sowas im Boot Alter Eieieiei Ey, weh, da komm ich noch weiter her Ich hatte die Erfahrung mal, da bin ich reingekommen, dann war ich gleich Nein, gar nicht Ich will sie aber nicht riskieren Das Handy urgency Ja, ich hatte das Spannverbind M traps Oh, ich denke, ich habe noch ein paar Punkte, ich glaube, ich habe noch ein paar S-Bahn. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal hier was. So. Ich hoffe doch mal nicht, dass wir gleich wieder eingestellt werden. Ja. Garaka. So. Wo du bist denn? Hier. Ah, hier. Okay. Bauer einen Verteidigungsanlage. Ja, das machen wir irgendwann mal. So. Ich geh jetzt mal so mal so ein bisschen vorsichtig durch, weil ich, ich weiß nicht, ob das nicht geht. Ich bin da rein, glaube ich, da war ich irgendwie gefangen. Das sind ja auch so. Ich weiß nicht. Und da war ich immer noch. Ich weiß nicht. 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 Ops. Weitere Schnee Da sind doch zwei, war nicht Ich schleiche einfach mal so lang, da ist das nur ein Stein Ich muss da was ploppen gehen Okay Das liegt ja Das ist ja nicht Ich gucke mich immer gerne nochmal um Ich glaube, wenn man da reingeht Ich würde das jetzt so gerne machen, aber ich lande in der Höhle Und Ja Das ist nicht so schön Einmal gemacht, nicht wieder Ich glaube, ich bin am Ende der Karte Ich bin so hoch Was sind eigentlich die durch? Die habe ich auch in Ewigkeit nicht mehr gesehen Ich bin so hoch Ich bin so hoch Ich bin so hoch Ich entschuldige mich, wenn ich dann halt so Drehtüchig hier umrenne oder laufe Oh, da geht es schon kalt Ja, okay Ja, okay Weiß ich nicht, dann machen wir auch hier was Oder? Ich weiß nicht Ich habe keine Ahnung Was ist denn das denn? Achso, das war der Winter Schnee Da ist es halt komplett kalt Ich glaube, fast Wir können vielleicht hier irgendwo was bauen Ich weiß Jetzt bin ich ja scheiße Ich bin ja erschrocken Oh, Dreh Oh, Dreh Oh, Dreh Oh, Dreh Sehr gut Schön gewesen, dass wir kriegen Ah Kannst nicht mehr Staufe tragen, okay Du bist was, Frau Lieder Was immer ist denn, oder? Entschuldige Ich habe hier wieder auf Witzem tauchen Hm Wenn ich jetzt halt da Naja, dann fang ich nicht den anzupfieren Okay Ey, nein Ich bin jetzt durch, weil das wieder Eis ist halt Ich bin nicht zu weit Aber ich glaube, wir hinten brauchen wir nicht das hin Aber ich glaube, wir hinten brauchen wir nicht das hin Ja Dann d mit lacht in der volle gelobten der vorabsteht. 20 Minuten. 2! Sag mal. Was war das? Hier sind die Löcher also. Okay. Ich glaub, dann werd ich mir jetzt mal hier schön was hinbauen. Hier ist gut. Hier ist schon gut. Ah, okay. Okay. Hier ist die... Hier kann ich mir vorstrahlen, was hinzubauen. Wenn dann halt jetzt nicht... was dazwischen kommt. Ah, nee, ne? Okay, die laufen da hinten hin. Das war's dann womit bauen. Oder kommen die jetzt zurück? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja ein bisschen lang gelaufen. Ich weiß, ob ihr es gesehen habt. Hä? Hä? Hm. Ich würde mal irgendwo mal was hinbauen wollen. Echt, ey. Entschuldigung. Hm. Echt, das war's. Wann hat das? Wann hat das war es. Wann hat das.